Musik Ich hab keine Angst vor Kühen, ich hab überhaupt keine Angst vor Dieren. Ich nehme nur Bilder und halte Abstand von den Kühen. Wenn man denen nichts tut, wenn man nicht auf die zurennt oder so, sie ganz normal verhält, dann bleiben die auch liegen so. Wir haben bis jetzt nie schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, wenn, dann muss man halt ein bisschen weggehen. Und? Nehmen Sie Hunde bitte unbedingt an die Leine. Wenn Sie also hier im Almgebiet auf Kühe treffen, dann gehen Sie ruhig vorbei. Sie sind meistens mit Fressen und Wiederkäuen und Kratzen beschäftigt. Denen geht's gut, die haben Platz, ich find's gut. Und sollte doch eine Kuh einmal etwas übermütig werden, dann genügt oft ein lauter Ruf, um die Tiere wieder zu vertreiben. Musik Ich hab ziemlich Angst vor Kühen. Aber die sind ja eh sehr nett da. Also ich glaub, die sind eh ganz gut an Menschen gewohnt, oder? Ö WWW IG MOBE living Untertitelung des ZDF, 2020